Wir suchen nicht bloß Vermittler. Wir suchen Menschen, die erkennen, wenn ein offenes Ohr oder ein ermunterndes Wort gebraucht wird. Menschen, die andere bei wichtigen Entscheidungen im Leben unterstützen. Die sich nicht nur für größere, sondern auch für kleinere Probleme Zeit nehmen. Wir suchen Menschen, die anderen wieder Mut geben, wenn sie ihn plötzlich verloren haben. Die andere darin bestärken, nach vorne zu schauen und den Weg zu gehen, den sie für richtig halten. Wir suchen Menschen, die jeden Tag selbst gestalten wollen. Die sich was zutrauen und sich selber immer wieder neue Ziele stecken. Wir suchen Menschen, die nicht nur von Chancen träumen, sondern nach ihnen greifen. Wir suchen nicht bloß Vermittler. Wir suchen Menschen, die den Mut haben, anderen Mut zu geben. Wir suchen die Mutmacher von morgen. Jetzt bewerben auf ergo.de slash karriere. Ergo. Versichern heißt verstehen. Die Mutmacher von den Weinen Vielen Dank.